So, da bin ich wieder, ähm, ja, ich hab mir mal gedacht, ich zeig jetzt mal für diejenigen, die nicht wissen, äh, wie das geht, wie man das wieder zurückstellt, so und zwar geht man hier auf die Welt, dann auf Added Settings, Advanced und dann auf Reset Ownership, das heißt, wenn man das jetzt nicht mehr startet, dann, ähm, ja, gehört mir das wieder, und das mache ich jetzt kurz und, ja, wir sehen uns dann, wenn es fertig geladen hat. So, jetzt hat das geladen, und wenn ich jetzt hier auf KG, sieht man, alles gut, alles gehört wieder mir. So, dann versuche ich jetzt einfach nicht mehr zu sterben, wenn es einfach wäre. Habe ich denn jetzt schon das Uran dabei? Ja. Dann fahre ich das Uran mal hier rein, und dann habe ich Strom. Wenn es hier reingehen würde, sieht man, zack, Strom. So, allerdings sind wir natürlich lange noch nicht fertig, wir brauchen natürlich noch Thruster, und wir müssen das, und wir müssen das, ja, ist gut, und wir müssen das Ganze noch ein bisschen verkleiden, als ob ich brauche. Light Armor Block, Light Armor Slope, Light Armor Corner, und Light Armor Word Corner, einfach nur, um sicher zu gehen, und Small Thruster. So, fange ich mal an, hier mit. So. So. Ich brauche, ähm, Dingens. Steel Plates. Nein. Nicht Silizium. Steel Plates. Steel Plates. Äh, wo sind jetzt die Plätze? Ähm. Nicht im Ernst, oder? Es ist alle, meine Steel Plätze, einfach so weg. Okay. Alter, nicht im Ernst, oder? Boah, das gibt's doch nicht. Okay. Dann, hier wird's die Plätze, manchmal mal 50. Vielleicht tauchen die wieder auf, vielleicht auch nicht. Vielleicht bin ich einfach nur blöd und sehe sie nicht. So. Zack, 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 zack. Zack. Dann kommt hier... ...das hier hin. Allerdings haben wir's gedreht. ...und hier... ...die 7. Komm, musst du dann... ...da. Hm. Nein, hier. ...und hier. Noch ein abrundende... ...und kann ich das hier nicht so hin tun. Achso. Ich bin da drauf eisen, oder? Nee. Aber das reicht nicht mehr, oder? Ja. Dann werde ich jetzt nochmal abreißen und... ...wär das später so machen. Später erst verkleiden. Dann werde ich jetzt das Eisen dazu verwenden, erstmal... ... das Raster hinzubauen. So, also. Ich brauche, um die zu bauen, Large Stealth-Tubes. Fahne ich mal an. Hier dachte ich mir... ...andersrum. Eins. Zwei. Drei. ...und vier und fünf in die Mitte. Ich dachte, ich brauche ein neues... ...zurück. Komm. Ne, ich habe noch eine. Hm. Hm. Neul hier in die Mitte, ne? Passt nicht. Okay, dann packe ich das... ...hier unten hin. Laderockler. Komm. So. Nach oben. Dann... ...neu... ...neu... ...neu Large Stealth-Tubes. So. Dann kommt... ...hier gewinnt... ...neu mal... ...äh... ...äh... ...nämlich jeweils eine Hürden. Ich glaube, jetzt... ...okay, dann noch... ...dann wird noch links-rechts... ...und... ...unten. So, das packe ich in die Mitte. Sie ist zwar nicht sehr schön, aber das werde ich dann später noch alles verkleiden, damit es besser aussieht. Gut, und links-rechts natürlich noch. Hier und... ...genau. Andersrum. ...